hallo zusammen heute ist freitag der 12. april 2019 und es gibt endlich die open beta von anno 1800 bei der anno reihe ist das immer so nur noch mal kurz zur erklärung die zahl muss immer 9 ergeben also 1 8 ist 9 ist klar oder auch bei 1701 war es ja gewesen 7 und 1 sind 8 und 1 sind auch 9 also läuft immer auf die zeile 9 heraus letztendlich 503 gab es auch schon mal ein teil wie auch immer wir gehen mal rein ins spiel bin man sehr gespannt und ich bin es nicht so sehr drin in dieser anno reihe zwischen verschiedene teile mal angespielt aber bei mir hat es dann relativ schnell auf wenn es dann ins stocken gerät die waren abläufe die wirtschaftskreisläufe und das mikromanagement wo ich dann irgendwann keinen überblick mehr habe warum irgendwas vielleicht nicht funktioniert oder so dann springe ich doch wieder ganz schnell ab und gehe auf ein anderes spiel was mir besser liegt einfach irgendwelche shooter sag ich mal wo man eben nicht groß nachdenken muss einfach nur rum rennt und ein bisschen durch die gegend ballert das ist dann deutlich entspannter gerade weil ich auch nicht so viel zeit habe mich dann in uns rein zu fuchsen so ich habe die option grafik einsteigen schon ein bisschen versucht zu optimieren ist also in kurde auflösung also 2k sozusagen direkt x12 aktiviert ansonsten ist alles auf hoch oder ultra hoch und ja die mann rechner konfiguration schreibe ich mal in das video dass ihr dann vielleicht auch ein vergleich habt von der performance mit welchem rechner ich das ganze jetzt aufgenommen habe um da einen eindruck zu bekommen ich habe zumindest mal gehört dass die der closed beta die performance wohl nicht so optimal war kurz lesen haben die anderen tipps das hilft mir viel leicht als noob ach gott charakter auswahl anmach porträt die dränen kann man nicht nur die merkel sagt aber die angela schauen das absicht ist ich weiß es nicht sehr sympathisch ist man ja keine von den gesellen hier ist doch der am ehesten würde es sagen ein logo leuchten das alte seefahrer noch dampf blablabla das ist egal farbe wählen kann man auch noch mal blablabla türkis nach gott erzählen halte ich mich mit der farbe auf hier oder was kommen wir machen auf parat parat pirat spielernamen experte genau das mache ich auf jeden fall steigen mit normal ein sie müssen nicht die luxusbedürfnisse ihre einwohner erfüllen um ihre wohnhäuser auszubauen alles was ich nicht muss ist schon mal gut achten sie darauf dass sie nicht alle einwohner aufsteigen müssen denn sie brauchen noch arbeitskräfte der unteren stufe für ihre produktionsgebäude benutzen sie die absteigen schaltfläche im gebäude menü um fehler zu korrigieren okay dann läuft es verschwinde auf verschiedene kasten raus und alonso graves ist ein gestörter mensch ruckel 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 finde ich alles ich wusste nicht einmal dass du eine schwester hast wir sind pleite altes haus wir können uns die überfahrt in die alte welt nicht leisten es sei denn du erinnerst dich wieder daran was arbeit bedeutet dynamit fischen ernsthaft nun ja der siedlung im norden fehlt es eigentlich immer an nahrung weißt du noch damals als wir aus den gruben geflohen sind da ist noch etwas dynamit übrig ich finde schon ein bisschen schwach muss sagen wenn es eine intro sequenz was ja eigentlich nur ein gerendertes video ist meistens und keine spiele grafik die in echtzeit berechnet wird wenn das dann schon ruckelt dann macht das schon mal keinen guten eindruck finde ich und stört mich da nur sowas gerade solche zwischen sequenzen videos die müssten noch eigentlich super performant durchlaufen verstehe ich nicht so ganz ehrlich gesagt okay es geht los also jetzt sind wir hier in der spiele grafik das drehen das sieht ganz flüssig aus ich will mal kurz nach die hala der reagiert jetzt nicht wahrscheinlich war ich mit obs aufnahme ist jetzt beleidigt und reagiert nicht mehr ich hätte ganz gerne fps eingeblendet um zu sehen was ich da aktuell habe ich will ja immer meine mindestens 60 fps haben aber gut also holen sie dynamit aus baufälliger leuchtturm also das ist wohl das hier wählen sie schiff mit einem links klick aus und klicken sie anschließend mit der rechten maus das ist ja okay zählen und da hast du es aber sei ja vorsichtig kurz gucken wie wir in der habe ups da heranzoomen können an die ganze geschichte das war's das war's unsere schalubbe so ja es sieht hübsch aus aber so richtig smooth konnten wir das jetzt nicht vor allem ach gut so what now was muss man tun das hat man ja schon angeklickt zähler hat ja da hat man schon hingefallen jetzt drehen wir nochmal eine ehrenrunde wie gesagt da ich kein anderer spieler bin muss ich erstmal gucken wie das jetzt hier funktioniert das ist auch eine höhle oder irgendwie sowas gibt doch jetzt keinen hilfetext oder sowas ne wenn du mir noch nicht einmal verrätst dass du eine schwester hast was verschweigst du mir sonst noch alles zum beispiel dass ich grad nicht weiß wie es funktioniert Schiff verkaufen genau das ist glaube ich ne gute Idee äh was 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 holen sie die noch mit ich verdanke dir mein leben du führst ich folge so lange bis ich entscheide dass meine schuld getilgt ist da hast du es aber sei ja vorsichtig sammeln sie verkohlter fisch ein verkohlter fisch dann dürfte ich doch dann normalerweise nicht im wasser ach da doch im wasser ok hätte ich jetzt eher am strand an so einem lagerfeuer erwartet einen verkohlten fisch den wir mit anwenden ja spielstand gespeichert mhm ich klicke längs ich klicke rechts aber nichts passiert also wählen sie das dynamit mit einem linkstrick aus und bestimmen sie dann mit einem weiteren linkstrick wo sie es werfen möchten aha zack ein haufen verkohlter fisch frisch auf den tisch bergen was zur chimichurri war das für ein knall der hafenmeister der hafenmeister müssen wir nochmal knallen wir lassen es knallen achten ok das heißt einsammeln links klick nein rechts klick so schwer kann das denn jetzt sein leute das muss doch alles intuitiv ja einsammeln du da drauf nein das war es schon mal nicht du schiff das hier bergen hey dat läuft hilft mich jetzt schon wieder rechts klick rechts klick das haben wir uns auch schon mal gemacht aber rechts klick du schiff das hier bergen ok ok ein hafen verkohlter fisch frisch auf den tisch vor allem verkohlter schwimmender fisch hier war mir schon klar dass ihr es seid zeigt her was ihr dieses mal dabei habt schiff schiff sprichst du mir und so bist du oder hinten da ist ok hm hm ach dieser verbrannte der stank gib her was auch immer das ist und ich helfe dir es loszuwerden hier sind die fahrkarten beeilung das schiff fährt bald ab und niemand will dass ihr es verpasst ruckel 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 das war es wir lassen das paradies zurück du hast nie viel über deine familie gesprochen aber das hier ist dir tot ernst oder ich habe geschworen dich zu beschützen und ich breche niemals einen schwur selbst wenn ein blinder sehen kann dass du gerade kopfüber in einen misthaufen hechtest so so ich glaube der slang der ausdrucksweise ist ein bisschen ich habe nie irgendetwas von dir verlangt nicht als du dich heimlich davon gemacht hast um die bürde der vater ist des hochverrats angeklagt kannst du das glauben verhaftet und der königlichen ritter würde behaupten wirst du uns beistehen jetzt da vater eingekerkert ist es wird ihn umbringen bitte komm nach hause wir brauchen dich ich höre stimmen von allen seiten nein nein wir liebten es hier doch die zeiten ändern sich der königliche rat unterstützt jetzt onkel edward vater ist tot und er reißt alles an sich dann du hast vergessen zu erwähnen wie wohlhabend du bist Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber... Jetzt beginnt Vaters Beisatzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal wie weniger gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Stau. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben. Und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Dick Schworter. Das Ende der Welt. Ich hoffe, sie mögen es ruhig. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Eiland? Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Hilfe. Okay, wir sind also angekommen. Und legen los mit unserem Kontor quasi. Kleines Kontor. So, bauen sie einen Marktplatz, bauen sie ein Bauernhaus und beherbergen sie 50 Bauern. Das ist unsere erste Aufgabe. Gut, dann tun wir das. Beginnen sie mit einem Marktplatz. Da ist das Herz ihrer Stadt und soll dann einem offenen Ort platziert werden, sodass sich ihr Volk ringsherum ansiedeln kann. Ganz schönes Waldsterben hier angesagt auf der Insel. Platzieren wir dann erstmal ein bisschen weiter weg vielleicht. Aber ausgerichtet zum Hafen, zum Kontor. Niemand kann ihren Marktplatz erreichen, solange ihr nicht durch einen Weg mit dem Kontor verbunden ist. Das ist okay. Ich habe die Aufzeichnungen überprüft. Nicht alle unsere Betriebe können die Güter, die sie produzieren, auch ausliefern. Das solltest du ändern. Ich schätze deine Hilfe. Wie überfällig sie auch sein mag. Es ist wichtig, dass die Menschen ein Dachboden im Kopf haben. Sorgen sie also dafür, dass ihre Wohnhäuser in der Nähe des Marktplatzes errichtet werden und sie bei Wegen mit ihm verbunden sind, damit ihr Volk Zugang zu wahren hat. Das übliche Anorgedöns. Ich überlege gerade. Ich würde eigentlich gerne erst nochmal einen Weg rum, äh rum, genau, rum um den Marktplatzes herstellen. So geht's. Komisch. Na gut. Sind wir da auf einen kleinen Bug gestoßen? Ich weiß es nicht. Vielleicht darf ich auch einfach noch blöd angesteigen mal wieder. Lagers und Wohngebäude. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Äh, bauen sie zwei, okay, zehn Stück sollen wir bauen. Das passt natürlich nicht ganz leider. Da ist mal Platz für eine Straße dazwischen, würde ich sagen. Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Da du so gerne verantwortlich würden willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeuer dir allein zufallen. Dieser geizige, herzlose Bastard. Wollte ich auch gerade zeigen. So, da müssen wir mal ein paar Wege bauen, glaube ich. So, die Bauern ziehen alleine ein, so es aussieht. Da haben wir doch schon eine wunderschöne Seegelung, ne? Ist das hier neblig oder ist das Bild so melchig? Neblig, rauchig, die ganzen Kohle und Feueröfen. Tatsächlich, da ist eben so ein Smoggy Area, würde ich mal sagen. Smoggy, Dusty, was auch immer. So, ich hab genug Häuser, die Bauern nach und nach ziehen sie ein. Ich kann also scheinbar gerade gar nichts tun. Sie müssen nicht alles produzieren, wenn sie andere dafür bezahlen können. Wählen sie in ihrem Kontomenü die Ware aus, die sie kaufen möchten und klicken sie. Nur was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für ihren Onkel drucken ließ. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. So, ich soll unsere Waren nicht nur produzieren, sondern auch kaufen. Ich werde mal gucken, was haben wir denn da mit dem Geld überhaupt. Bilanz. Negativ Bilanz, schon mal nicht so gut. Wir haben ja noch nichts produziert. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Ich verlege gerade, will ich das überhaupt? Und wenn... Wie geht's? Achso, da kann ich dann schon mal... Ähm, okay. Wir folgen erst mal den Anweisungen. Okay, das sind jetzt die Ruinen. Ach, das noch mehr? Okay. Entfernen Sie. Nach dem Zinnrausch ist dieser Ort dem Verfall überlassen worden. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Ich stresst mich ja schon fast wieder, was die alles von mir will. Ich muss erst mal ins Spiel reinfinden, wie da was funktioniert. Also das andere ist jetzt einfach so zusammengefallen, so Holzblöcken, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Und das hier will das jetzt nicht einmal. Oh, da muss ich erst mal der Handlung folgen jetzt. Ist das hier angebunden, direkt sieht er aus, ne? Beherbergen Sie 50 von 100. Noch mehr. Jeder Ficht, der gefangen wird, wird in ein Lagerhaus oder ein Kontor geliefert. Sorgen Sie dafür, dass Sie durch einen Weg miteinander verbunden sind. Ist doch der Fall. Okay, dann muss ich jetzt hier nochmal einen extra Weg bauen. Sieht so aus. Kann ich jetzt die Ruinen hier disassemblen. Da ziehen schon Bauern an. Schauen wir, reichen die Gebäude. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ui, 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 die Negativbilanz hat immer weniger. So, es gab früher, glaube ich, bei diesen anderen Spielen immer so ein Auswahlmenü, dann, ah, da ist es. Sägewerk, ausbauen, zerstören. Abriss nicht möglich, super. Okay, ich habe es verstanden. Nicht möglich. Sie brauchen mehr Böa, okay. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber, jemand hat mir gesagt, im Spaß natürlich noch. Ich kann natürlich lesen. Ja, also hübsch aussehen tut es schon. Aber so ganz super smooth, kommt es mir nicht vor, ehrlich gesagt. Das hätte ich gerne ein bisschen anders. Gut, ich spiele, wie gesagt, ein QR-D. Aber auch, damit sollte das normalerweise laufen. Also, ich kann auch ein bisschen in Optionen auf jeden Fall einstellen und optimieren. Das läuft ja nicht schlecht, aber irgendwie so hundertprozentig finde ich es noch nicht. 80 von 100, kann ich irgendwas sehen, ob die Gebäude reichen. Das Leben ist in Ordnung. Sagst du so, 8 von 10, also da passen auch welche rein, oder wie? Wie sehe ich das? Wie sehe ich da vielleicht die Information, wenn ich draufklicke? Ja, das sind immer so die Sachen, da finde ich, da musst du ein Spiel einem dann doch ein bisschen mehr unter die Arme greifen. Also teilweise, gerade in diesem einfachen Spiele-Modus, den ich jetzt ausgewählt habe. Dass ich dann auch solche Noobs wie ich, wenn die ganz da blöd einstellen, weiterkommen und nicht gleich völlig frustriertes Spiel in die Ecke schmeißen. Bauen wir halt noch ein bisschen rum, solange wir nicht weiter wissen. Jetzt sollten die Gebäude aber eigentlich reichen, die Wohngebäude. Je mehr ich da jetzt hin platziere, desto schlechter wird ja unsere Bilanz. Jetzt auch gehe ich mal von raus, wenn wir mal zu viele Leute haben und nichts produzieren eigentlich. Außerdem Fisch jetzt hier gerade mal. Ich würde eigentlich gerne lieber gleich mal mit Sägewerk und Co., also Holzfäller und so weiter noch anfangen. Da hinten gibt es dann Sachen abzubauen, noch mehr Ruinen. Das ist eigentlich immer so das Mittagsschönste an solchen Spielen wie die Siedle oder Anna. Was ist das für eine hässliche Nebelwände da hinten? Das sieht man. Okay, das ist dann möglich. Uh, ist immer da. Okay. Das sieht ja ganz hübsch aus. Kann man jetzt auch mal sehen, wie die Performance ist, wenn etwas so dicht bebaut ist, aber da ändert sich quasi nichts. Läuft alles in gleicher Performance. Also nicht schlecht zumindest. Das ist schon wieder eine Kathedrale aufgebaut, dann nicht mal hier. So, wo sind wir denn eigentlich gewesen? Finde man das wieder. So, jetzt sind wir noch nicht. Da sind wir noch weit von weg, um so eine Stadt hier aufzubauen. Tja, immer nicht genug Bauern da. Müssen wir doch noch Gebäude bauen, oder wie? Ich mache es jetzt einfach mal, um nochmal weiterzukommen an der Stelle. Wie, keine Einträge. Also nicht sehr kindlich angehörte Stimme, eben von wegen auf dem Acker spielen. So, jetzt sind wir bei 97 Bauern von 100. Siehste. Entfernen Sie verlassenes Marktviertel. Okay, dann können wir auch bauen. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Ja. Alles, was du bisher errichtet hast, war aus Holz. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. Okay, machen wir gerne. Ich muss nur die Aufnahme an der Stelle jetzt erst mal beenden. Und mache vielleicht noch eine zweite oder dritte Folge vielleicht sogar. Mal gucken, wie ich zeitlich dazu komme. Das ist zumindest ein kleiner Ersteindruck. Minimal. Ganz, ganz am Anfang. Wie gesagt, Open Beta kann jeder spielen an diesem Wochenende. Ich glaube, es geht bis zum 15. sogar, bis Montag. Ansonsten dürft ihr natürlich gerne auch meine Videos schauen. Vielleicht sogar mal einen Daumen nach oben machen oder nach unten, wie auch immer. Oder in irgendeiner Form reagieren, per Text. Vielleicht sogar. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Video dann. Und ciao.